Immer wieder lassen sich die beiden bei der großen Show, beim Show-Tanz, etwas ganz Besonderes einfallen. Heute werden sie das Publikum mit langsamen Klängen bezaubern und haben sich Rumba-Musik ausgewähmt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wunderschöne Bilder, die uns da von Emanuele Soldi und Elisa Nassato geliefert werden. Auch das soll mal gesagt werden. Vielen Dank an Kameramänner und Regie. Und natürlich eine tolle Interpretation von dem italienischen Paar.